Hallo Christian, vielen Dank für deine Arbeit, hat mir schon echt gut geholfen, besonders Modul 1, Umbrahmung des Liebeschips und der Selbstliebe-Kurs, der übrigens jetzt, das ist ja so ein zeitabhängiger Kurs, der geht übrigens wieder los ab 1.7. Wollt ihr heute einfach mal schreiben, weil ich von mir selbst positiv überrascht bin, also sozusagen eine Erfolgsmail, aber gleichzeitig mache ich kurz drauf wieder was, was ich doch nicht, jetzt hätte ich noch nie was von Selbstliebetreuungskompetenz gehört. Bin in den 40ern lesbisch, das erwähnt ich extra, da es teilweise auch um Polarität geht. Ah, diese Stories liebe ich es ja immer, also wenn ihr divers, schwul, lesbisch, whatever seid und habt Erfahrung mit Polarität, interessiert mich auch für mein neues Buch, mega. Erste Erfolgsgeschichte, ganz aktuell, bin zwar früher eher co-abhängig unterwegs, was ich Stück für Stück über die letzten Jahre aber abbauen konnte. Kurze Randbemerkung, ich hatte einen heftigen Schicksalsschlag zu verkraften, plötzlich der Tod meiner Partnerin vor sechs Jahren, oh, das ist natürlich echt heftig. Es hat letztlich den Anschluss gegeben, in meiner Selbstliebe inklusive einer besseren Trennungskompetenz zu arbeiten. Vor ein paar Monaten habe ich bei einer gemeinsamen Aktivität eine Frau kennengelernt, mit der es gut passte. Gegenseitige Sympathie, kontinuierlich immer häufiger getroffen, sehr angenehme Treffen, die immer schöner und kribbeliger wurden. Ich dachte mir echt, mit ihr konnte es klappen und war verknallt, war aber noch zurechnungsfähig. Die Datefrequenz erhöhte sich kontinuierlich. Und wir waren gefühlt an dem Punkt, wo man spürt, bei der nächsten Gelegenheit kommen wir uns näher. Also echt schön. Plötzlich hat die Frau jedoch von jetzt auf gleich für mich völlig rätselhaft ihr Verhalten geändert. Sie wurde einsilblich im Schreiben. Ja, man weiß nie, manchmal kommt die Ex-Freundin zurück, jemand anders taucht auf, aber oft eine Ex. Keine Ahnung. Aber ich hielt es für möglich, dass ich das überinterpretiere. Na, ich glaube nicht. Das nächste Treffen war dann schon ganz normal, also super schön. Beim nächsten Treffen jedoch stieß ich schon bei der Ankunft auf Eiseskälte. Na ja, meine Leute, die Hot & Cold spielen, das ist einfach immer, das ist nur was fürs Dopaminsystem, wenn man einen Drogentrip haben will. Sonst taugt es leider nicht viel. Kein Lächeln zur Begrüßung, im Gegenteil, sie macht sich erst mal über meine große Tasche lustig. Ja, sind wir schon in der Kritikphase angekommen, bevor ihr überhaupt zusammen seid. Mich irritiert. Wir fuhren los, ich versuchte leicht einen Smalltalk, was auch halbwegs gelang. Irgendwann radelte sie mir buchstäblich davon, raste los und drehte sich mindestens eine Viertelstunde nicht um. Ich kam nicht hinterher. Als ich sie an einer Ampel wieder einholte, fragte ich, was los sei. Da kam die Verwandlung. Stechen da kalter Blick. Sie ging mich auf offener Straße verbal an. Ich wollte ihr nicht erzählen, ich wisse das nicht. Was kommt denn jetzt, ey? Long story short, sie machte ein Geheimnis draus, was los ist. Sie war respektlos und aggressiv und erstellte mir völlig absurde Dinge. Aber was denn? Aber Menschen sind crazy, ey. Also, was ich zu den Unterstellungen, Vorwürfen sagte, hatte keiner Relevanz für sie. Die Radtour machte, also du hast es dann gehört, nämlich waren wir jetzt wirklich interessant zu wissen, was es denn war. Macht mir geplant zu Ende. Es gab Gründe dafür. Das war aber auch das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Eine Wanderung, die ein paar Tage später geplant war, sagte ich ab. Eine Woche später, ja, finde ich völlig korrekt. Ist auch, weiß nicht, wenn ich Leute schlecht behandle, ey, dann muss ich es auch nicht immer verstehen. Eins und eins ist fünf, sage ich immer, ne? Bin du meins, eins und eins ist fünf. Ja, alles klar, aber nicht mit mir. Ähm. Und ich dachte naiv, dass jetzt eine dicke Entschuldigung kommt und ihr Verhalten mega peinlich ist. Aber das Erste, was ihr am Telefon sagte, war nach einem Schweigen. Ich habe mich ganz schön über dich geärgert. Ja, jetzt wisst ihr mir natürlich gerne wo rüber, ne? Ähm. Dann wieder Schweigen. Ich habe ihr mitgeteilt, dass ich keinen weiteren Kontakt möchte. Sehr gut. Diese Erfolgsgeschichte daran ist, dass es schon in dem Moment, wo sie mir davongeradelt ist, für mich komplett rum war. Ja, da will ich euch haben, dass ihr diese Trennungskompetenz kriegt. Und dann ist auch häufig der Punkt, wo dann mal andere Leute ins Leben kommen, wenn man das so konsequent umsetzt. Äh, das war mir nicht nur rational, sondern auch emotional klar, dass ich nichts weder Beziehung noch Freundschaft in dieser Frau will. Ja, ist ja auch nicht freundschaftlich, dass ich so jemanden an meiner Seite nicht haben will. Trotz der zunehmend schönen Gefühle und der Hoffnung, weil es bis da echt gut gepasst hatte. Ich habe mich trennungskompetent gefühlt und das war einerseits enttäuschend, weil ich mir mehr gewünscht hätte mit ihr. Aber da gewöhnt man sich auch mal dran. Obwohl, ja, ein bisschen doof ist es immer. Aber gleichzeitig fühlte ich mich so gesund und stark. Es war wie eine Liebeserklärung an mich selbst. Das ist doch schön, ey. So konnte das ja stehen bleiben, aber im Anschluss habe ich dafür dann wieder was Ungesundes und Bescheuertes gemacht. Ah ja, zwei Schritte vor, eins zurück. Ist eigentlich immer so. Ich habe mich wieder einer Frau genähert, mit der ich lange platonisch befreundet war. Ja, nee, das wollen wir natürlich nicht. Und mehr mit der, mit einem Beziehungsversuch vor ein paar Monaten gescheitert war, weil sie zu inaktiv war. Zumindest nach meinem Erlebnis spielt Polarität auch in gleichgeschlechtlichen Beziehungen eine Rolle. Ja, das interessiert mich. Meinem Naturell entspricht eher die weibliche Polarität. Im Alltag und bei den Indoor-Olympics. Das hat mit XY einfach nicht zusammengepasst. Sie hat keinerlei Initiative gezeigt. Sie hat nicht ein einziges Mal eine Berührung auch nicht sexuell initiiert. Körperkontakt an sich hat sie aber total genossen. War aber wie ein Spiegel, hat immer genau das gemacht, was ich gemacht habe. Mit Ausgewogenheit hätte ich mich eventuell arrangieren können, aber nicht mit kompletter Passivität. Nach der Sache mit der Fahrradfahrung braucht man irgendwo noch etwas Bestätigung und ich habe es zugelassen, dass wir uns wieder näher kamen. Nach dem ersten Mal Wettsport habe ich das aber wieder heftig gemerkt, dass es einfach nicht passt. Sie ist eine tolle Frau. Also da hast du sie gefreint so und wahrscheinlich. Freundschaftsebene super, aber dass ich durch ihr passives Verhalten eine Rolle gedrängt werde, die mir eigentlich gar nicht entspricht, killt jede Chemie bei mir. Ja, schreibt mir da mehr von. Es gibt ja auch so, ich habe so eine Begriffsskala gesehen. Vielleicht könnt ihr mir auch mal was zu sagen, ob die korrekt ist. Also die ging so los bei, also sie war irgendwie so von Femm bis Butch und dann gab es, weiß ich nicht, Abstufung, Lipstick, Femm, Chapstick, Femm, keine Ahnung. Also ob diese Begriffe aktuell sind, für mich auch, wie das bei Schwulen ist, ob die auch so ein Begriffssysteme habt oder ob es andere Begriffe gibt. Würde mich mega interessieren, wenn ihr mir da schreibt über das Formular auf Liebeschiff oder an support.liebeschiff.de oder einfach unter dem Video. Mit Ausgewogenheit hätte ich mich ... So viel Polarität spielt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen durchaus eine Rolle und sich da zu finden ist nicht ohne. Nochmal danke für deine Arbeit und alles Gute bei dem umzugsbedingten Neustart. Danke dafür, danke für die schöne Meldung und wir sehen uns bald wieder.